Costa Blanca, Costa Calida und Costa del Sol Drei herausragende Reiseziele am Mittelmeer, die wir ihrem Leben näher bringen wollen, mit den besten Immobilienobjekten und dem besten Klima. Und damit dies bequem und wirkungsvoll geschehen kann, stellt Ihnen Medland eine Besichtigungsreise anderer Art vor. Ohne Druck, ohne Eile, mit einer individuellen und freundlichen Betreuung, aber gleichzeitig mit der Professionalität der besten Fachleute. Das ist die ideale Art und Weise, unser herrliches Gebiet kennenzulernen. Der Vorteil eines Besichtigungsfluges ist gegenüber zahlreichen Verabredungen mit unterschiedlichen Maklern klar. Wir hören Ihnen zu, wir helfen Ihnen, wir kümmern uns um Ihre Bedürfnisse. Lassen Sie uns für Sie arbeiten! Medland bringt die Leute, die sich für eine Besichtigungsreise entscheiden, in den besten Hotels der Umgebung unter, die alle in ruhigen Zogen liegen, damit Ihr Besuch auf die komfortabelste Weise stattfinden kann. Ihr Berater führt Sie jederzeit und hilft Ihnen, Ihre ideale Wohnung zu finden, mit praktischen Hinweisen und allen Informationen, die Sie benötigen, damit Sie zweifelsfrei die richtige Entscheidung treffen. Professionalität, Erfahrung und Begeisterung für unsere Arbeit, das sind die Werkzeuge, mit denen wir Sie davon überzeugen möchten, dass es unser Wunsch ist, Sie als Nächtennazbahn zu gewinnen und dass es uns gefallen würde, wenn die Costa Blanca, Costa Calida oder die Costa del Sol auch Ihr Zuhause würde. Von Medland aus stellen wir Ihnen eine gefestigte, strukturierte Organisation zur Verfügung, die es möglich macht, Ihre Besichtigungsreise so bequem, so einfach und so nützlich zu machen, wie Sie sich das vorgestellt haben. Wir bereiten eine Besuchsroute vor, um Wohnungen und Ihre Umgebungen zu erkunden, damit Sie so die beste Entscheidung treffen können. Medland verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit Bildern, Videos und verschiedenem audiovisuellem Material, damit Sie bereits im Voraus die Wohnungen kennenlernen können, und zwar auf eine Weise, dass Sie das Gefühl haben, die Wohnungen bereits zu kennen, bevor Sie diese besichtigt haben. Schnelligkeit, Klarheit und Ehrlichkeit tragen dazu bei, dass alles besser läuft, zusammen mit einer individuellen und freundlichen Betreuung, die uns auszeichnet und bekannt gemacht hat. Auf unserer Besichtigungsreise werden Sie auch Augenblicke der Entspannung genießen können, Zeit zum Nachdenken und für das Treffen eine Entscheidung zusammen mit Ihrem Partner haben. Es sind notwendige Augenblicke, um alle Informationen zu verarbeiten und richtig über die Entscheidung nachzudenken. Die Besucher werden nach Zonen strukturiert, wo wir Ihnen eine Auswahl an Wohnungen zeigen, die Sie zusammen mit Ihrem Berater vorbereitet haben. Sie werden nicht nur Wohnungen besichtigen, sondern auch die Umgebung aller, denn wir meinen, nicht nur die Wohnung an sich ist wichtig, sondern auch alles, was sie umgibt. Die Dienstleistung, die Anbindung und die Möglichkeiten, die sie bieten. Während wir die Wohnungen und ihre Umgebungen besichtigen, werden wir keine Gelegenheit auslassen, Ihnen auch das Wesentliche, das berühmte Lebensstil und der Kultur dieses Landes näher zu bringen, die Gastronomie. Die mittelländliche Esskultur zu kennen bedeutet, unsere Region zu lieben. Bei METLAND wissen wir, dass diese Region über eine der besten Ernährungsformen verfügt, weshalb wir die Mittagszeit dazu nutzen, Sie diese Köstlichkeit unserer Region kennenzulernen. METLAND stellt Ihnen alle uns bereitstehenden Mittel zur Verfügung, damit Ihr Besuch so zufriedenstellend wie möglich ausfällt. Einkaufszonen, Freizeitseinrichtungen, Restaurants werden Teil unseres Besuches sein. All dies tragen wir dazu bei, damit Sie Ihre Entscheidung so leicht wie möglich treffen können. Wir sind Spezialisten für Neubauten und bieten unseren Kunden die besten Bauqualitäten an. Wir stellen sicher, dass die Wohnungen alle Anforderungen erfüllen und über die notwendigen Bescheinigungen verfügen. Bei METLAND betreiben wir Kundenpflege. Wir pflegen aber auch das Produkt, das wir anbieten. In unserem Wohnungskatalog werden Sie niemals Wohnungen finden, bei denen irgendwelche Vorschriften nicht eingehalten oder übersehen worden sind. Wir stellen sicher, dass das, was wir Ihnen anbieten, auch wirklich das Beste ist, was Sie finden können. Wir versichern uns, dass unsere Wohnungen unserer Kunden würdig sind. Nachdem die endgültige Entscheidung getroffen worden ist und die Wahl feststeht, werden wir Ihnen von METLAND aus die Bearbeitung aller behördlichen und rechtlichen Angelegenheiten für den Kauf Ihrer Wohnung erleichtern. Wie während des ganzen vorausgehenden Ablaufs werden wir dafür sorgen, dass alles leicht und stressfrei ablaufen kann. Wir überlassen nichts dem Zufall und wir begleiten Sie während des ganzen Kaufprozesses. Unsere Beziehung zu Ihnen endet nicht, wenn Sie eine unserer Wohnungen gekauft haben, denn unsere Kundendienstabteilung wird sicherstellen, dass Sie Ihre neue Wohnung zu Ihrer größten Zufriedenheit beziehen können. Und danach verwandelt sich die Geschäftsbeziehung vielleicht sogar in eine Freundschaft. Lassen Sie uns für Sie arbeiten. Informieren Sie sich über die Besichtigungsflüge von METLAND.